Wir treffen uns in Kavala an der Zentrale. Keiner tötet jemanden. Äh, wo bist du? Nein! Ich seh nix! Warte mal kurz. Aber gla... glaube langsam ist vorbei. Ich hab eher das Gefühl, es wird immer schlimmer. Äh, es war schlimmer, aber bei mir ist es langsam besser. Warte mal kurz. Ich muss tanken gehen. Ach so, okay. Ich warte auf die beiden Tankstellen. Ah, da vorne... Da wo ist Apotheke. Das bist du! Junge! Ich seh nix! Warte mal, fahr du schon mal vor. Ich muss mal ganz kurz dem Kopf was schreiben. Hm. Telefon Tim Herbert schreiben, soll ich mit meinem LKW voller Heroin... 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 ...jetzt... ...nach... ...Kavala... ...kommen... ...kommen... ...nur... ...weil... ...sie... ...zu... ...fau... ...sind... ...und... ...zu... ...suchen... ...frageteifen... 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 Der Tank hält automatisch, oder das? Ja. Das geil. Ich habe ihm gerade geschrieben, soll ich mit... ...meinen LKW voller Heroin... ...zap Kavala kommen, nur weil sie zu faul sind und zu suchen? ... Da kommst du in den Kanast! Kommen wir! Da soll er uns erstmal kriegen. Ich hoffe, langsam werde sie besser. Ja, und nein, ich gebe ihnen Geld und so kommen sie dann den größten Truck holen. Warte, ich schreibe ihnen nochmal, Tim Herber schreiben, ich bin Multimillionär und brauche ihr Geld. Nicht senden. Alter, ich sehe fast nichts. Ah, fahre ich einfach mir scheiße. So, jetzt kann der Effekt aber auch langsamer nachlassen. Ja, ich glaube, ich lasse er langsam noch. Aber wahrscheinlich, wenn wir Carawanna, dann wird er schon, okay. Ich glaube, das hält 5 Minuten. Das sollte schon längst 5 Minuten um, oder? Kein Plan. Ah, ich gebe alles. Ich gebe voll Gas. Pass auf, da kommt nicht irgendwo ein Checkpoint. Oh, da fällt im Dunkel. Ah, jetzt sind wir noch was. Schade. Sonst aktiviert das Nachtlichtgerät. War cool, ich wurde geblitzt. Ja, ich auch. Warum hältst du an? Ich wollte was schauen. Ach, okay. Der Kopf ist getrennt. Ist nicht da. War so faul, oder? Also, jetzt wissen wir, muss ich jetzt aufpassen. Okay, dann habe ich auch keine Lust nach Carawalla zu fahren. Warte mal. Dann fahren wir jetzt einmal zu den nächsten Garagen. Und die sind in Atira. Dort fahren wir dann unsere Karre in die Garage. Dann machen wir eine Aufnahmepause. Jupp. Ähm. Also, da. Muss man jetzt zurück, oder was? Ne, ne, müssen wir nicht. 9 Kilometer sind das. Nach vorne. Hm. Immer schlösser langer Gras. Alter, wo ist die fucking nächste? Ja. Salzmine. Hast du Atira gefunden? Atira ist in der Nähe vom Bebellhaku beim Weinlauten. Perigos. Perigos, oder was? Das ist eher so, das ist eher so in der Mitte von der Map. Perigos, oder sowas? Wie bitte? In Perigos, oder was? Ne, ne. Das ist zu weit, oder was? Das ist Atira, ist da, wo wir gespawnt sind. Du bist dort. Okay. Heroin. Ja, in der Nähe vom... Ja. Hast du gefunden? Ich kann schon. Warte mal, ich mach da mal eine Markierung hin. Ja. GFDS. Hast du gefunden, Atira? Ja. Da sind auch ganz viele Märkte, Kleiderladen und so weiter. Und da markierst du dir dann... Da hast du auch in der Nähe eine Apfelplantage oder eine Pfirsichplantage. Ja. Und da markierst du dir dann... Ja, hab ich schon. ...die Garage. Ey, das konnte ich langsam nachgelassen, ohne Scheiß. Ne, jo. Hast du gefunden? Ja, ja. Aber ich glaub, das lässt gleich nach, dass wir jeden Moment aufhören. Ey, jetzt. Bei mir schon. Bei dir hat's aufgehört schon? Ja. Ah, dann hört's bei mir auch gleich auf. Jo, und da hat's aufgehört. Ich fahr' lieber mit Night Vision. Mit Nachtsichtgerät. Alter. Ja, okay. Fährst du oder soll ich fahren? Ich fahr' Hast du Nachtsicht aktiviert? N. So ist ja N, oder? Ja. Jetzt. Wow. N. N oder M? Ja, N. Bei mir sind. Also siehst du mich? Ja, ich seh' dich. Ich hab Nachtsicht auch aktiviert. Deswegen hast du mich gesehen. Sonst würdest du mir auf mich reinknallen, oder? Ne, ne. Das wird schon nicht passieren. Aber bei einer Map, wo ich war, in Nacht war... ...duster, dunkel, ohne Scheiß. Kannst du nichts sehen? Ja. Wie war nach hinten zu schauen? Äh, in diesem Nummernblock da, wo auch deine Enter-Taste ist, auf 1 oder auf 3. Okay, dann müssen wir ziemlich weit. Auf 3. Höre. Ja, ja. Gibt ja. Aufpassen, gell. Einmal Nachtsicht deaktivieren, wegen dem ganzen Licht. Ich war nicht mal mit Nachtsicht. Bist du in der Stadt, oder was? Bin immer noch hinter dir. Aufpassen bei der Stadt, weil da ist scharfe Kurve. Ja, da bin ich schon rum. Ich bin genau hinter dir. Ey, wo willst du hin? Du wirst falsch. Ey, du wirst umdrehen. Und bevor du dich auslogst, nicht vergessen zu speichern, ne? Okay. Weißt du da, wo hab ich gebrenzt, gell? Hab ich mir da, hab ich gespeichert noch. Kurz. Ah, okay. Oh, das war knapp. Jetzt. Wie jetzt und da. Ach ja, hier ist jetzt der Außenposten. Ach nee, doch nicht. Wahrscheinlich haben wir eben... Ich glaube, hier ist Scharfe Kurve. Oh ja, stimmt. Aufwarten, gell? Ui. Ui. Ach, scheiße, er hat mich geblitzt. Außer Posten. Aufpassen, gell? Ja. Ah! Ich hab gedacht, gar nicht zurück. Ey, ich sehe gar nichts. Ne, ich wurde auch geblitzt. Ja. Ach, die Schande. Äh, du kannst hier nicht rumfahren, ne? Ich hab gedacht, aber... Da ist ne Mauer. Aber jetzt hab ich noch ein Problem. Aufsteigen. Können wir aufmachen, gell? Wir sind so lange weit gegangen. Machen wir die Schranken auf, ne? Ja, bis ich werde repariert. Hast du schon? Bin gleich... Ja, hab ich schon. Muss nochmal ganz kurz was gucken. Moment. Bandicam, Video-Einstellungen, zack. Okay, alles im grünen Bereich. Und weiter geht's. Da ist Blitzer aufpassen. Scheiße auf den Blitzer. Hast du geblitzt? Ja, ich wurde geblitzt. Sieben Kamerad zu schnell. Ja, ich bin nicht. Haha. Ja, ich hab einen Vorteil. Mit deinem Auto. Ja, ich hab einen Vorteil. Nein. Ab 25万. hast du dein auto ist kaputt oder was ne ne ich glaube wir müssen hier gleich mal rechts abbiegen was hast du gerade scheiße ich bin tot wie dein auto ist brennt ja wie ist das passiert durch leck wahrscheinlich oder ich bin ja ja keine ahnung aber hast du nichts dabei hattest du oder ne ne geld habe ich ja dir gegeben fahr du mal nach attira ja dann treffen wir uns das wollte ich nicht wirklich aber aber geil mein auto ist im arsch aber das war ziemlich geil aber das wollte ich nicht dass du wirklich stehe ja macht nix weit noch mal noch zwei kilometer ist es gleich haben wir ich weiß nicht aber wahrscheinlich war blitzer noch da wir wollen noch nicht geblitzt wahrscheinlich na immerhin bin ich jetzt nicht mal auf der wanted liste da schul ist der rider Ah, ich kann schon spawnen, das ist gut. Mhm. Einmal ein Attira, zack. Bist du schon? Ja. Okay. Ich rüste mich in der Zeit mal neu aus. So, erstmal ATM. Ah. Ah. Ich sehe dich. Ach, da bist du ja schon. Okay. Okay. Dann rüste ich mich in der nächsten Folge aus. 100 Meter. Ich habe so ein Gefühl wie der gleich Tag. Ich sehe nichts. Hä? Was habe ich? Bleib stehen. Wie? Ja. Bleib stehen. Okay. Okay. Und nehme ich mit. So, so muss ich Karte nehmen. Ähm. Ne. Doch. Hä? Habe ich richtig markiert. Nein. Nein. Nicht mit töten. Nein. Habe ich richtig markiert. Hier. Hallo? Ja. Hier sind die Garagen. Ein bisschen Scheißsteller, aber geil. Warte, ich muss die Karre mal. Boah, ich sehe nichts. Warte, ich brauche hier mal kurz Licht. Boah, ey, übertreib nicht. So, Fahrzeug einparken. Jetzt einmal hier hinten zur Laterne. So, an sich. Oh, bin ich ja. Drück mal E. Nein, E. 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 Nein, E. So. So. Ja. Ich verabschiede mich für die Folge. Ja, ich auch, Leute. So. Ciao, Leute. Haut rein. Bis wieder. Und. Was ist euch, Leute? Und bis nächstes Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.